Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Schöpfen! 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 Ja, ich will auch noch mal einen Applaus für die beiden Fittmann, die hier waren, meine Damen und Herren. Wir hatten den Spanningsgang und deshalb noch einen Applaus für die beiden Boxer. Wir hatten eine gute Politik! Ja, meine Damen und Herren! Noch mal einen herzlichen Glückwunsch an den beiden Rämpfer, die sich wirklich seit fast ein Jahr gesprungen haben. Und ich muss ein großes Lob an beiden ausrichten. Beide wünschen innerhalb von einem Jahr haben die über 25 Stempfe abgenommen bis jetzt. Nur vielen Dank! Wir haben die Vorschläge für die Zukunft! Applaus Wir sind fünf, fünf, fünf ... Und die sind fünf. Gerchen rufen! Vielen Dank.